Benutze das Lego City Arktis Versorgungsflugzeug, um fantastische Funde aus der Arktis zu holen. Das Frachtflugzeug verfügt über eine aufklappbare Heckklappe und Landeguffen. Darüber hinaus enthält das Set eine mobile Eisfräse mit drehbarer Kabine, beweglichem Sägearm und Trottiere an der Kreissäge, ein Eismotorad sowie einen Säbelzahntiger, der in einem Eisgebilde aus durchsichtig blauen Steinen eingefroren ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017